Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Heute Folge Nummer 86 mit die Söhne der großen Bären, mir, dem Max und dem Christian. Hallo. Ja, heute mache ich es gleich am Anfang. Neben den Sprüchen zum Thema Alte Filme neu entdeckt, garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und die Folge wird wahrscheinlich auch wieder Kapitelmarken bekommen. Das heißt, wer das ganze Intro überspringen möchte und nur die Filmesprechung hören will oder nicht die Filmesprechung hören will, der kann, wenn er das jetzt über die Webseite abruft oder ist das auch in den Playern möglich, weiß ich nicht genau, also jetzt so auf dem iPod oder so, der kann Kapitel anwählen und da kann man dann sich den Teil rauspicken, den man unbedingt hören möchte und den anderen dann später hören. Ja, also wer mal feststellt, dass er keine Kapitelmarken auf was auch immer findet, wo er uns hört, sagt mir einfach mal Bescheid, aber das sollte überall funktionieren und ja, ist eigentlich ganz gut, ne, ist immer so die kleine Bedienungsanleitung, die du am Anfang jetzt immer gibst. Ja, nee, ist ja Quatsch, wenn man das erst mittendrin sagt und dann feststellt, naja, jetzt haben die das eh schon gehört. Und ich mich ernsthaft frage, ob es eigentlich, also ich weiß das ja nicht, aber wahrscheinlich gibt es schon ein paar Leute, die total gerne mal ins Intro reinhören, die vielleicht auch letzte Folge eher mal was zu dem neuen Tarantino hören wollten und bei anderen Filmen dann ausgestiegen sind. Lasst uns das übrigens ruhig mal in den Kommentaren wissen, es wäre interessant für uns, wir können es am Player nicht erkennen. Wir denken, ihr hört immer die ganzen zwei Stunden und sind jetzt bitter enttäuscht, wenn das nicht so ist. So, Max, ich bin schon ganz aufgeregt, weil eigentlich bin ich jetzt gar nicht da, weil die Sendung ist ja nicht live, sie nehmen wir ein paar Tage vorher auf, aber wenn ihr das hört, dann kann ich euch sagen, seit Freitag bin ich in Berlin unterwegs, während andere Leute arbeiten müssen, vergeude ich mein Geld einfach in Berlin und schaue mir dort die Retrospektive an. Und da gibt es eine ganze Menge spannendes Zeug, ich habe mittlerweile auch dazu schon so einen kompletten Plan zusammengeschraubt, was ich alles schauen möchte, muss mal gucken, was dann auch an der Ticketkasse auch tatsächlich so eintritt, wie ich mir das vorstelle, das ist nicht immer so. Ich werde das auf Facebook und auf unserer Internetseite wiederaufführung.de, werde ich das auch nochmal posten, weil ich würde mich auch freuen, wenn ihr als Hörer auch gerade in Berlin unterwegs seid, dann sagt doch mal Hallo. Also ich schreibe da genau hin, in welche Vorstellung ich gehe. Es ist natürlich sehr DEFA-lastig, freue mich aber auch aus der gleichen Zeit, die wir hier gerade verfolgen, Mitte 60er, gibt es dort auch vieles aus der Bundesrepublik zu gucken. Und tatsächlich fast alles ist neu für mich. Ich habe noch nie von Volker Schlöndorff der junge Törlis gesehen. Viel gehört, aber nie gesehen. Du? Ich auch nicht. Siehst du? Und das Schöne ist, Volker Schlöndorff ist danach dann auch da und so. Das ist immer das Schöne auf der Berlinale. Die großen Premieren werden da riesig abgefeiert, aber auch die Retrospektive ist da immer ziemlich einmalig in den Konstellationen, die die da möglich machen. Zum Beispiel gibt es ein Gespräch zwischen, das ist aber glaube ich jetzt auch schon passiert, das ist für euch denn nur so im Nachklapp. Ich hoffe, ich kann da dabei sein. Volker Schlöndorff spricht mit Wolfgang Kohlhaser. Das sind ja quasi so zwei Filmmacher-Generationen Ost-West, die sich da begegnen und die eigentlich sehr interessante, ähnliche Dinge verfolgt haben. Nur sie konnten es, zumindest von der Ostseite konnte man es nicht wissen, weil die Filme, auch Wolfgang Kohlhasers Drehbuch für einen Film steckte auch in einem dieser Verbotsfilme von 65 drin. Also insofern holen die das glaube ich so ein kleines bisschen nach, so was hätte sein können im gesamtdeutschen Filmgeschäft damals. So, das ist Kino, aber kann man denn DEFA-Filme nur in Berlin gucken oder so? Das war eine Überleidung. Nee, diese Verbotsfilme, einige davon sind ab April auch im LIVU in Rostock geplant, in der FN23. Die ganz genauen Termine stehen noch nicht fest, aber es gibt halt schon eine Vorfilmauswahl und momentan sieht es so aus, als würden fünf Streifen gezeigt werden. Und ja, nichts Genaues weiß man nicht und wenn sich aber genaueres dann ergibt, dann werden wir die Termine natürlich auch verbreiten und ihr seid dann herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Ja, was wir bis dahin vielleicht noch nicht geguckt haben. Mal gucken, wahrscheinlich sind wir bis dahin schon durch. Finde ich gar nicht schlecht, wenn wir da schon relativ wissend hingehen. Vielleicht gibt es ja nochmal, entsteht da ja interessantes Bonusmaterial noch bei euch. Vielleicht habt ihr ja interessante Gäste oder schöne Einführungen. Also wir sind da auf jeden Fall sehr blickig, wenn es da was gibt neben den Filmen, was erzählenswert oder mitschneidenswert ist, dann werdet ihr das bestimmt auch hier im Podcast mitbekommen. Neben Kino gibt es natürlich auch Fernsehen und wir hatten ja schon, oder ich habe schon erwähnt und habt ihr auch bei Facebook gesehen, die Hinweise auf die paar Filme, die bei, die vier Filme, die bei Dreisat laufen, mit dem Liefen, wenn jetzt die Folge rauskommt. Könnt ihr auch nochmal nachgucken, da gibt es teilweise auch schön was zu entdecken. Solo Sunny ist noch, kommt auf jeden Fall noch und da haben wir auch schon eine Folge zu aufgenommen. Und im MDR läuft die lose Reihe 70 Jahre DEFA, wo eben zu wundervoll ausgewählten Terminen wie Sonntag früh um sechs Filme aus der DEFA-Produktion gezeigt werden. Und da lief jetzt eben am vergangenen Sonntag Eolomea von 1972 Hermann Schoche, behaupte ich gerade, unter anderem mit Rolf Hobbe und als Hauptdarstellerin Cox Habemar oder Habemar oder ich weiß nicht genau wie man die ausspricht, glaube ich eine niederländische Darstellerin. Und da es eine DDR-Sowjet-Bulgarien-Koproduktion ist, ist auch noch ein bulgarischer Hauptdarsteller dabei, der natürlich nicht Deutsch sprechen kann und deswegen von Manfred Krug synchronisiert worden ist, was sehr interessant klingt. Weil die Stimme fällt halt sofort auf und der Film ist in 70 Millimeter gedreht worden, weswegen für mich auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Zweitsichtung anstehen muss, weil mein Fenster da, ja, da hat man ab und zu mal einen kleinen Aussetzer und auch der Ton war nicht so ganz super. Ich habe auch gehört, dass Fernsehen sich für 70 Millimeter nicht so eignet. Ja, sollte, könnte man irgendwie annehmen. Nee, aber es war, ja. Aber war schon, was sind, was sind? Ich glaube 2020, 2020 war der, genau. Und Rolf Hoppel, sehr, sehr starker Schauspieler auf jeden Fall, die die Hauptdarstellung auch, auch sehr hübsch anzusehen. Ja, der Film hat halt so, oder nee, worum geht es in dem Film? Von der, oder in der Nähe der Raumstation Margot, geschrieben Margot, wie Erichs Frau damals hier, Erich Honecker. Ja, verschwinden Raumschiffe und die Welträtsel eben, na, woran liegt das denn und was können wir denn machen und schicken wir da jemanden hin oder versuchen wir einfach Kontakt zu kriegen. Das geht von der Erde eben aus einmal und dann ist eben im Weltraum noch eine Station besetzt, wo, was machen die eigentlich, das ist eine gute Frage. Die untersuchen, glaube ich, den Planeten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ei, ei, ei. Also MacGuffin-mäßig, ja. Na, es ist schon so, naja, experimentell ist vielleicht übertrieben, aber es ist jetzt nicht immer alles Story, es kommen auch genug Bilder, die einfach mal so Bilder sind und die man wirken lassen kann. Also schon auch so Zeitgeist aller 2001 zu spielen, ja? Ja, der ist auf jeden Fall ein Einfluss gewesen, wie gesagt, 72 und das merkt man schon mit, dass der da eine Rolle gespielt hat oder dass der Film bekannt war, auf jeden Fall. Ja, und es geht auch so um, was macht man wieder mit dem Leben und welchen Preis kann man für irgendwelche Ziele zahlen, für geheime Forschung und dann ist einer ein älterer Herr, der halt seinen Sohn sehen will eigentlich, der auf einer anderen Station irgendwie ist und dessen Sohn war eben noch nie auf der Erde und mit dem würde er gerne eigentlich mal zur Erde, aber ob das noch klappt, das weiß man nicht. Und ja, dann gibt es halt diejenigen, die noch zu weiteren Geheimnissen des Weltalls aufbrechen wollen und das erforschen wollen und ja, doch, der war durchaus interessant, aber wie gesagt, ich habe den nicht so in Gänze wahrnehmen können und deswegen musst du da auch nochmal Zeitgeist hin und ja, mal gucken, vielleicht ist das auch mal was für die Schatzkiste oder so. Oh ja, also ich hätte da große Lust drauf, also überhaupt so, also ich persönlich bin ein wahnsinniger Science-Fiction-Fan, gerade auch aus so 60er, 70er Jahre Zeit und war etwas überrascht, aber warum sollten nicht auch bei der DEFA solche Filme produziert worden sein? Ich kenne zum Beispiel auch jetzt sowas wie Der schweigende Stern nicht, ich bin da auch total aufgeschlossen und der Gedanke, so Sachen auch auf der Kinoleinwand entdecken zu können, das klingt gut, bleibt da mal dran. Ja, ja, das dazu, genau. Und weitere Filme, die da laufen, habe ich jetzt gar nicht konkret auf dem Schirm, aber das ist auch wieder so, ich glaube, einer ist wieder Montag kurz vor Mitternacht angesetzt, dann wieder einer Kissenkino genannt, ist irgendwie so, auch wieder am Wochenende sehr früh, aber irgendeiner kommt auch mal ausnahmsweise dienstags, tagsüber, irgendwie um 13 Uhr oder so gefühlt, aber also könnt ihr auf, nee, das werden wir im folgenden Text einfach nochmal dazu packen, den Link zu der MDR-Übersichtsseite, da werden dann immer mal recht in kurzen Abständen vorher die nächsten drei, vier Termine mal stehen. Ja, oder verlasst euch da mal am besten mehr auf unsere Facebook-Seite, wenn ihr die noch nicht kennt, müsst ihr da unbedingt mal hingehen, weil da würden wir uns auch freuen, wenn ihr dort mal Sachen in uns schreibt, wo ihr merkt, ey, habt ihr schon gesehen, dass da das oder jenes kommt? Und gleichzeitig versuchen wir da auch so ein bisschen aktuellere Sachen, Programme hinweise, also das ist jetzt nicht so ein richtig zuverlässiger Service, aber gelegentlich sind wir ja selber sehr neugierig und umtriebig und das lassen wir euch dann auch wissen. Vielen Dank übrigens an den Hörer Kitosch, der unter diesem Pseudonym, nehme ich an, weiß ich nicht, auf unserer Wiedererführungsseite uns geschrieben hat und uns auch einen tollen Filmtipp gegeben hat. Und wir versuchen jetzt mal, also ich versuche jetzt mal, wir nehmen das mal als Kategorie einfach auf, es wird ein unglaublich kategorielastiger Podcast irgendwann, allerdings nur im Intro. Wenn bestimmte Kommentare, die uns so ins Auge fallen, wo denken, ach komm, das können wir doch eigentlich auch in der Sendung mal vortragen, dann machen wir das auch und so machen wir das jetzt mal mit dem Kitosch. Gerade habe ich euren wieder einmal sehr unterhaltsamen Podcast gehört und ich musste dabei unweigerlich an Valérie Arti Dündis, hätte ich mir mal besser vorher überlegt, dass ich das natürlich gar nicht... Valérie, eine Woche voller Wunder. Dankeschön. Von 1970, Regie Jaromiel Gieres. An den musste er denken, denn einerseits, weil es sich auch um ein Märchen handelt, wenngleich eher eines für Erwachsene. Andererseits, weil Valérie gut in den Kontext Verbot und Zensur in der DDR beziehungsweise hier in der CSSR passt. Und außerdem natürlich, weil Gieres einen wirklich bezaubernden Film auf Zilloyt gebannt hat, der es allemal verdient hätte, von euch diskutiert zu werden. Die Geschichte des Mädchens Valérie, das gerade dabei ist, der Kindheit zu entwachsen und sich dabei verschiedensten Einflüssen, Verführungen und Bedrohungen ausgesetzt sieht, wird im Märchengewand dermaßen deutungsfreudig, dass man den Film tatsächlich auf die unterschiedlichsten Themen beziehen und entsprechend anders verstehen kann. Ein weiterer Wunschtitel für eine Wiederaufführung. Ansonsten liebe Grüße und macht weiter so. Gruß Kytosch. Ich muss schon wirklich sagen, sowas zu lesen, das erfreut wirklich mein Herz. Also auch wirklich, Kytosch, Respekt. Also bei der Schreiber und bei den leidenschaftlichen Gedanken kriege ich wirklich irrsinnig Lust. Da müsste mich noch nicht mal der Film als solcher interessieren, wenn du mir den so ankündigst, da habe ich Lust, den zu gucken. Ich merke aber, ich habe kurz in den Trailer reingeschaut und dachte, uiuiuiui, ja, das nehmen wir doch einfach mal mit auf den Plan. War dir der vorher schon bekannt? Ist aus der Bildstörung-Ecke, gibt es den. Deswegen ist der einfach mal, zumindest auf dem Radar gewesen, aha, da gibt es was von Bildstörungen. In einer besseren Welt hätte ich den auch schon längst gekauft. Ja, ja, ja. Da müssen die Leute auch verführen dazu, DCPs fürs Kino klar zu machen. Also der sah so aus, wie ich möchte ihn eigentlich auf einer Leinwand gucken. Kytosch, du kannst dir sicher sein, das wird irgendwann passieren. Und in 2016, wir lassen das mal, oh, das ist schon ganz schön konkret, ne? Da hat Christian jetzt einen vorgelegt. Aber ist vielleicht so ein kleiner Abstecher Richtung tschechisch oder tschechisch-schlowakische neue Welle, ist da vielleicht gar nicht so verkehrt. Da gibt es ja noch so zwei, drei auch bei Bildstörungen, wie eben dieses Tausendschönchen und erlöse uns nicht von dem Bösen. Warst du bei Tausendschönchen dabei, als wir den im Institut für neue Medien im Filmclub geguckt haben? Ist auch tatsächlich großartig. Soweit dazu. Ach nee, ich wollte noch kurz erwähnen, wir haben noch einen Filmtipp bekommen. Und da hat uns nämlich der Marius bei Facebook geschrieben. Ich bin seit kurzem begeisterter Zuhörer, wollte mal eine Filmempfehlung raushauen, welche ich letztes Jahr im Kino gucken durfte. Engel, die ihre Flügel verbrennen. Macht weiter so. So, also übrigens, wir machen weiter so. Wurde mir übrigens auch nochmal von einem der Spender, die den P-Part Spendenbutten auf unserer Seite benutzt haben, gesagt, wir sollen das bitte unbedingt weitermachen. Thorsten, machen wir. Ja, Engel, die ihre Flügel verbrennen, klingt spannend. Ich habe da nur kurz einmal drüber geguckt. Wir nehmen uns sowas immer auf die Liste. Ich glaube, wir werden ein bisschen abrücken davon, dass wir, also ich habe ja bei Letterboxd eine Liste angelegt. Die platzt natürlich mittlerweile aus allen Nähten und wahrscheinlich führen wir eher so für uns mal so eine Liste. Und es bleibt so ein kleines bisschen natürlich unserer subjektiven Willkür überlassen, welchen wir dann tatsächlich besprechen. Aber bitte immer her damit, weil wir fühlen uns hier überhaupt noch gar nicht gesättigt mit einem Überblick über, schon gar nicht über das deutsche Kino. Über gar keinen. Sind wir sehr dankbar für. Max, wir müssen nochmal zurückgucken auf Folge 85. Denk bloß nicht, ich heule. So sieht es nämlich aus. Es gab da so eine Stelle, da haben wir so schon gemerkt, das ist ja nicht uninteressant, wo die da so spazieren gehen. Wirkt ja ganz schön monumental. Was ist denn das für eine Gedenkstätte? Wo sind die da unterwegs? Ich habe das mal nachgegoogelt. Das ist die Gedenkstätte vom KZ Buchenwald, die in der Tat bewusst auch so monumental gebaut worden ist und die auch durchaus so fließend überging, so von der Erinnerung an die Schrecken der Nazizeit hin zum antifaschistischen Kampf. ist das sozusagen auf jeden Fall eine sehr stark rot eingefärbte, ja, also ich finde es interessant, ich kann den Satz leider gerade nicht zu Ende bringen, aber mir fällt dabei sofort wieder das Bild ein, wo die junge Frau fast schon erdrückt wird von einem dieser Monumente, was so ein bisschen aussieht wie so ein kreisrunder Kolosseumsminibau irgendwie. Und das ist natürlich definitiv das, was ja auch an anderen Stellen in diesem Film immer wieder sichtbar wird, wie die Nazizeit wirklich einfach eine große, schwere Last ist, die auf der nachwachsenden Generation lastet, aber manchmal auch so ein bisschen ungreifbar ist. Also sie ist so da und sie ist auch zu spüren, aber was sie genau ist, also ständig wollen ihnen ja die Älteren sagen, was sie daraus lernen müssten. Ja, insofern fand ich das ganz bezeichnend, dass uns so unterbewusst das schon so ein bisschen im Bauch lag, aber wir es noch nicht benennen konnten. Sonst habe ich keine weiteren... Ja, also ich fand so, das war so ein, als du mir das geschickt hast, den Link, dachte ich so, oh, ja, krass, interessant. Ich habe jetzt auch dann überlegt noch, ja, ändert das jetzt irgendwie was an dem, was wir zu dem Film erzählt haben, aber... Nö, nö, es bestätigt nur und erweitert einfach an der Stelle. Die Geschichte immer präsent ist. Netterweise gehen ja die Figuren bei einer späteren Szene ja gezielt darauf ein, an was für einem Ort sie sich gerade befinden und nehmen uns da die Recherche ab. Insofern ist das einfach nur ein Motiv, das sich offenbar noch sehr viel stringenter durch den Film zieht. Ja, dann können wir uns, glaube ich, so langsam so ein bisschen einschuckeln. Ja, nachdem wir jetzt, also mal gucken, ob und wie lange das mit diesem Wechselspielchen immer noch klappt, zum Thema verbotener Film aus der DEFA, erlaubter Film, populärer Film in der DEFA. Heute quasi der, ich glaube, erste, oder muss ja der erste sein überhaupt, jetzt einfach mal wieder, stellte These, hat auch die Nummer 1 hier am Blu-ray-Rücken. Der erste Indianer-Film, um ihn nicht direkt als Western zu benennen, Die Söhne der großen Bären mit Goyko Mittitsch, der Oberindianer geworden ist und auch heute quasi noch ist. Ich habe den Film eventuell mal irgendwann gesehen, aber ich glaube nicht. Ich habe eher nachher von den anderen ein paar irgendwo gesehen zwischendrin. Ich hatte jetzt mal ganz kurz beim Anfang reingeguckt, einfach nur, um zu sehen, ob das auch anguckbar ist, ist es. Und habe mir dann einmal die Wikipedia-Seite überflogen und da stand drin, dass der Anfang umgeschnitten worden ist. Und dass das eben quasi die originale DDR-Kinofassung gibt es oder gab es, die im Kino lief. Und danach, alles seitdem wäre dieser Anfang verändert worden, ohne dass halt genau da steht, worin diese Änderung besteht. Also da habe ich leider eben keine Info gefunden und habe dann überlegt, könnte man das jetzt an dem Schnitt erkennen, so bei der Anfangsszene. Wir sind dann in so einer kleinen Hütte hier gleich, wo sich so ein paar Typen austauschen und die Story langsam in Gang kommt. Und es wirkt, und da habe ich mir eingeredet, es wirkt schon so, als gäbe es einige Sprünge, wo ich mir vorstellen könnte, da wird eigentlich noch irgendwie ein Dialog gewesen sein. Aber das ist natürlich eine völlige Spekulation. Mal gucken und überhaupt mal gucken, finde ich. Weil das ist ja, wir hatten Django in einer unserer allerersten Folgen, in den ersten zehn müsste ich glaube ich fast noch sein. Ich glaube Folge sieben, ja. Und damit sind wir jetzt wieder im Jahr 1966 und gucken eben aus Europa uns an, was denn so das Thema Western oder die Behandlung, der Umgang mit diesem uramerikanischen Genre aus anderer Perspektive ist. Das ist das, wo ich so recht gespannt bin. Weißt du zufällig, wo die das gedreht haben? Das ist glaube ich in Jugoslawien, nee warte mal, der Winnetou war in Jugoslawien gedreht, ne? Aber auch diese sind irgendwo... Ja, werden wir ja vielleicht noch im Abspann draus finden. Okay, ja, ich bin sehr neugierig. Ich glaube, ich bin auch noch völlig ahnungslos. Muss mal gucken. Vielleicht fällt mir das nachher beim Gucken noch wieder ein, ob ich da schon irgendwie Erfahrung habe mit DEFA-Western. Aber ich glaube, ich bin da noch gar nicht so auf dem Laufenden. Und von dem Mittych habe ich das erste Mal mitbekommen, weil er dann hier bei den Festspielen in Bad Segeberg mit aufgetaucht ist. Und da so wahnsinnig viele Fans immer durchgedreht sind. Und dann, ah, okay, da war wohl mal... Da war wohl was. Da war mal was. Dann gucken wir mal, was da mal war. Die Söhne der großen Bären. Film ab. Ja, und jetzt sind die Söhne der großen Bären an uns vorbeigezogen in merkwürdiger Schnittfolge. Ja, wir haben wirklich kurz überlegt, ob wir das jetzt irgendwie in dem Podcast nachempfinden können. Aber dann müssten wir jetzt einfach mittendrin was rausschneiden und dann es danach einfach nochmal laufen lassen, was vorher zu hören war. Wir gehen darauf noch näher ein, wenn wir soweit sind. Die Handlung, da verlese ich jetzt einfach das Backcover der Ice Storm Blu-Ray. Warum haben wir das eigentlich noch nie zum Hobby auserkoren, das zu tun? Da könnte man oft auch schmunzeln. Ja, machen wir. Lies mal vor. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts leben im Norden der USA nur noch wenige freie Indianer. Die meisten haben den Kampf gegen die Übermacht der Weißen aufgegeben und leben in Reservaten. Ein kleiner Stamm versucht verzweifelt sich, die Freiheit zu erhalten. Als durch ein Verrat der Häuptling Tokai-To gefangen genommen wird, ist es für die Weißen leicht, die Indianer zu besiegen. Von nun an müssen sie unter Bewachung von Soldaten im Reservat leben. Auch Tokai-To wird dorthin gebracht, da die Weißen ihn innerhalb des Reservats für ungefährlich halten. Doch da unterschätzen sie den Freiheitsdrang und den ungebrochenen Mut des Stammes. Die Indianer beschließen, nach Kanada zu fliehen, um dort ein neues, freies Leben zu führen. Die Flucht gelingt, aber es gibt noch weitere Gefahren. Ein verfeindeter Stamm stellt sich ihnen in den Weg. Es beginnt ein alles entscheidender Kampf. Knapp daneben ist auch vorbei. Das ist geil, ne? In Grundzügen durchaus stimmig, aber... In der Zuspitzung ungenügend. Im Detail, ja. Also Tokai-To, gespielt von Gojko Mittitsch, dem Oberindianer. Und ich kann auch verstehen, warum der so ein Star geworden ist. Also das ist ja quasi... 66, 65, 66. Da war vielleicht Sean Connery gerade als Bond-Großname. Aber es gab noch keinen Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, die mit ihrem Körper sich so hingestellt haben. Und das war mir zum Beispiel nicht klar, dass der so einen amtlichen Körper am Start hat, ne? Also das hätte so manchmal so ein Conan-Gefühl, ja? Also da ist... Wer bisher dachte, der Körperkult der Actionfilme der 80er-Jahre hätte mit Arnold angefangen, der ist das eindeutig hier in der DDR begonnen. Mit Gojko Mittitsch. Ich muss demnächst mal so ein Audio-Geräusch machen für die steile These, weißt du? So ein... Ja, weil natürlich... Ich war auch... Also ich hab mich ganz schön an den Muskeln von dem Schauspieler festgeguckt. Also das war schon... Hat aber auch schon immer seinen Bauch noch eingezogen, oder? Nee, nee, ich glaub, das ist tatsächlich so. Das ist dann dieser Brustkorb, das ist dann so. Christian, da können wir nicht ganz mithalten. Nee, gar nicht. Schon gar nicht, wenn ich im Profil stehe, so wie er die ganze Zeit immer. Muss ich auf den Kopf stellen. Dann könnt ihr da ran kommen. Ja, und Gojko Mittitsch ist eben der, der keine Kompromisse eingeht, der immer zu seinen Idealen steht und damit natürlich eine schöne Idolfigur ist. Ja, und die Rothaut wird hier natürlich wirklich auf politisch passende Weise in der DDR schön verklärt, so der Freiheitskämpfer. Und doch merke ich, ist das schon wirklich ein echter Zugewinn, wenn man so... Also ich kenne halt überwiegend den amerikanischen Western, hab dort eine große Zuneigung gegenüber den, was man so manchmal so auch als Spätwestern vielleicht betitelt, was Clint Eastwood, wenn man in den 70ern gemacht hat. Also viele andere Regisseure auch. Aber eigentlich ist natürlich das prägende Bild natürlich der John-Ford-Western. Und in der Welt haben lange Zeit, also irgendwann bei John-Ford dann geht das noch, aber zu Beginn sind dort auch Indianer einfach die Bösen. Sehr einfach, sehr zugespitzt. Und auch die Lebenswelt und Wirklichkeit der Indianer spielt eigentlich immer eine sehr untergeordnete Rolle, jedenfalls im Verhältnis zu den anderen weißen Figuren in diesen Filmen. Und das ist natürlich ein tolles Gegengewicht einfach. Man merkt auch, dass eine große Lust und Freude in der Inszenierung da ist, wenn es darum geht, den Alltag der Indianer zu zeigen. Also da beendet der Film manchmal einfach so ein bisschen. Nun bleibt es ein bisschen länger und man sieht noch, wie das Pferd gewaschen wird und wie die Kinder rumlaufen und so. Ansatzweise dokumentarisch im Sinne von, dass da gerade kein Dialog stattfindet und die Handlung eigentlich stehen bleibt. Ja, und ich öfter mal so denke, ja, das ist jetzt in irgendeinem Ferienlager, wo alle mal sich die Kostüme angezogen haben. Aber der Teil des Films ist mir durchaus sympathisch, weil das ist genauso romantisierend verklärt, aber wirklich ein dringend notwendiges Gegengewicht, kann man einfach mal so sagen, zum amerikanischen Cowboy-Westernbild. Ja, so richtig Cowboy. Also, der Begriff Cowboy wird ja hier gar nicht genannt. Das sind dann entweder die Grenzer oder halt die Armee, die Soldaten, aber der Cowboy so direkt ist es dann eben nicht. Ja, an den Stellen versucht sich der Film, glaube ich, sogar noch stärker, so eher an Zeitgeschichte zu orientieren als an populären Konventionen. Aber der Film hat auch so kleinere und größere Problemchen. Auf jeden Fall, ja. Und eines ist eben der Schnitt. Würde ich jetzt gleich mal direkt drauf gucken. Ja, ja. Also, ich hatte es kurz vor dem, bevor wir den Film jetzt geguckt haben, gesagt, dass bei der Wikipedia ja steht, der Anfang ist umgeschnitten worden und du hast jetzt auch nochmal reingeguckt und da steht eigentlich, es ist so ziemlich viel irgendwie nochmal von der Originalkinofassung umhergeschnippelt worden, was insgesamt zu, was war das, zehn Minuten oder so stand da, insgesamt würden. Ja, also nie wirklich ganze Szenen entfernt, aber wirklich verändert und umgeschnitten. Und auf jeden Fall ist dem Film immer wieder eine gewisse Sprunghaftigkeit anzumerken. Das ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen. Also, ich finde, dass auch insgesamt der ganzen Dramaturgie des Films eine Sprunghaftigkeit anzumerken ist. Ich glaube, nicht alles lässt sich damit entschuldigen, dass dort ein Film rummanipuliert worden ist. Es wäre jetzt eher interessant. Moment wurde noch versucht, was zu verschlimmbessern. So sieht es mir ehrlich gesagt manchmal aus. Sieht mir so aus, als wenn die ja letztlich doch sehr überschaubare, durchschaubare und dünne Geschichte vielleicht auch mal auf sowas wie zweieinhalb Stunden angelegt war. Keine Ahnung, oder wenigstens zwei Stunden. Ist jetzt alles Spekulation. Aber es gibt so Momente, in denen plötzlich so ein epischer Hauch so einem um die Ohren gehauen wird, der dann aber auch voraussetzt, dass man irgendwelche anderen Sachen schon mitbekommen hätte. Aber zum Beispiel die Beziehung zwischen Tokai Ito und seine Frau zum Beispiel, da gibt es manchmal so dramatische, epische Einschnitte, wo die sich dann irgendwie verabschieden. Und dann denke ich, ah, habe ich das schon so richtig mitbekommen? Ja, also Charakterzeichnung ist eigentlich nicht groß die Stärke des Films. Ja, zumindest habe ich manchmal das Gefühl, da sind noch mehr Nebenfiguren auch mal ausführlicher erzählt worden. Aber in der Fassung, die wir sehen, ist das nicht mehr da. Oder es ist wirklich, ich meine, es ist eine Romanverfilmung. Vielleicht war es sowas wie, wir wollen schon die Szenen, die schönsten Szenen haben wir drin. Und die anderen haben wir einfach weglassen. Also das ist ein bisschen schwierig, aber das macht ihn auch wirklich zu einer gewissen Herausforderung, sich den anzugucken. Also die letzte halbe Stunde hat das für mich dann sogar auch einen unfreiwilligen Humor provoziert. Also die ganze Zeit war ich dem wohlgesonnen, bis ich dann am Ende, wenn dann es anfängt, dass die Action-Szenen, die durch die Bank weg alle nicht sehr gut choreografiert sind, dann auch noch endlos in die Länge gedehnt werden, inklusive Szenen doppelt verwendet werden. Oder zumindest das gleiche... Einstellung. Ja, also vielleicht unterschiedliche Einstellungen von den gleichen Szenen, aber auf jeden Fall so, dass man denkt, das habe ich gerade schon gesehen, verdammt noch mal. Ja, so wie die dann da im Kreis sich auch verfolgen, so dreht sich das auch ein bisschen im Kreis und wiederholt sich tatsächlich. Also ich finde einige der Stunts trotzdem gelungen, weil du jetzt sagst, durch die Bank schlecht choreografiert. Choreografiert finde ich es schlecht. Ich glaube, das dauert einige Stunts, die ja auch sehr ziemlich authentisch sind. Also die erste große Action-Szene, wenn die Indianer diesen Dreck überfallen, da passieren schon krasse Sachen. Also auch Sachen, die, glaube ich, heute die Tierschützer dir nicht mehr durchgehen lassen. Oh ja, die Pferde haben da bestimmt einiges... Und öfter rennt da auch mal ein Pferd über jemanden rüber und sich so... Da war auch der Blick, die beiden haben sich am Boden das Pferd, ey, guck nochmal kurz hinterher, oh, wir machen weiter. Ja, da hat auch das Ende der Szene sein können. Oder des Films. Ja gut, das stimmt dann ja. Also die Stunts fand ich teilweise oder finde ich sehenswert. Da sind einige dabei, wo man erkennen kann, dass es dann tatsächlich auch der Hauptdarsteller manchmal ist und so. Also kein Double oder so. Aber ja, die Szenen insgesamt, was eben Schnittfolge angeht, da holpert es manchmal doch so ein wenig leider. Ja, also genau, es ist wirklich aber eine Frage der Inszenierung, weil auch die Menschen hinter der Kamera sind durchaus kompetent. Nur, also es gibt bestimmte Szenenfolgen, wo manchmal so totalen im Schuss, Gegenschuss aneinander geschnitten werden, aber immer wieder in die gleichen Einstellungen. Was so ein... Also das funktioniert einfach nicht besonders gut. Oder wenn man nochmal gucken will, wie man Spannung mit vielen totalen Investern erzeugt, da muss man bei Satchel Luna halt ganz aufmerksam hinschauen. Ja, im Endeffekt zwei Jahre danach spielen wir das Lied vom Tod. Aber dann gut, stimmt. Nee, aber davor hat er ja auch schon. In Dollar-Trennier. Klar, auf jeden Fall Anfang 60er, 1960s glaube ich. Naja, du warst schon... Du, ich will, um Gottes Willen, ich will es auch gar nicht hier im Nachhinein hier postmortaler Klugscheißer irgendwie die Filmemacher belehren. Es sorgt aber einfach dafür, dass das jetzt... Das ist schon ganz schön spröde so. Also, darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Ich hatte ja zum Beispiel auch gar nicht gedacht, dass es so viel Action gibt so. Da hat man schon gar nicht gerechnet so. Ich dachte, das ist eher ein bisschen... Also, da fällt etwas seltener in den Schuss. Und man kann ja schon sagen, es ist ja fast schon so ein Hauch Heroic Bloodshed zum Schluss, ja, wenn Tokahito da wild ballernd durchs Gras springt so. Also, nur nimmt sich der Film durchaus ernst und an den Stellen fällt es mir schwer, da ernsthaft mitzugehen. Ja, ich glaube, der erste Moment ist, wenn der Pfeil... Wenn man die Angelsehne quasi sieht, an der der Pfeil hängt, das war ein bisschen zu offensichtlich. Ja, also, ich meine, das sind jetzt so technische Unzuländigkeiten, damit ich kann nicht immer noch besser mit leben. Aber warum zum Beispiel, also, die Szenen so wahnsinnig in die Länge gedreht werden. Also, sie sind überzeugend, die Stunts sind überzeugend, da wird nicht irgendwie halbe-halbe gemacht. Auch der Giorgoy Mitic, nee, wie heißt der? Giorgoy Mitic. Giorgoy Mitic, der macht offensichtlich das auch alles alleine. Es gibt wirklich zwei, drei sehr krasse Sachen. Also, übrigens, eine sehr gelungene Szene ist, wenn er hinter dem Pferd hinterher gezogen wird. Das ist sehr beeindruckend. Das ist auch eine sehr ikonische, die, wenn das dann mal angesprochen wird, immer wieder aufkommt. Und, also, daran kann man auf jeden Fall Spaß haben, nur... Im Großen und Ganzen. Ja. Das andere Problem ist natürlich, dass das alles immer so meilenweit angekündigt ist. Außer, wenn es das mal nicht ist. Warum musst du gerade denken? Ja, ja, also, diese typische Sache, die unterhalten, oder ein paar Leute unterhalten sich gerade, und dann geht einer, stellt sich vor die Kamera, guckt entweder rein, oder macht eben so diesen, den 3000-Meilen-Blick zum Missouri. Schnitt Missouri, da fließt das Bessler. Also, ne, dieses, damit, jetzt darfst du auch, jetzt sagen wir dir ganz klar, was als nächstes passiert, oder wo wir jetzt als nächstes sind. Und dann ist aber manchmal auch, äh, dieses, wenn er dann gegen den anderen Indianer... Ja, da hast du es überrascht. Wir können Brüder werden. Okay, denke ich mal, sie werden jetzt Brüder, weil er ihnen nicht angreift. Schnitt. Und dann ist, glaube ich, dieses angekokelte Lager, wo der Häuptling nochmal seine Hand ausstreckt, und der andere dreht dann halt um, wie der Schnitt, und dann sind der, mit dem er gerade gekämpft hat, so in Kampfklamotten, und sie gucken, ah, wie, was passiert jetzt hier? Wir sind schon fast da, und okay, ja. Also, das ist so eine Mischung aus... Einerseits finde ich es schön, dass der Film mich als einen Erwachsenen-Zuschauer betrachtet, der sich auch selbst Gedanken machen kann, aber andererseits glaube ich, da war irgendwie noch mehr, oder da hätte jetzt ruhig noch ein Zehnsekünder passieren können, wie das passiert ist, warum das Lager da verbrannt ist oder so. Also, da scheint was zu fehlen tatsächlich. Genau, also, entweder ist das nach der Filmproduktion schiefgegangen, oder wirklich schon vorher, aber es sorgt eben jetzt dafür, dass das... Äh, es ist einfach ganz schön brüchig. Also, selbst wenn es als Idee war, da so mit Ellipsen den Zuschauer zum Denken anzuregen, dann ist es... Also, stimmt der Fluss einfach nicht. Ich finde, also auch wirklich so, so der Szenenrhythmus ist schon... Nee, also, das finde ich dann... Also, wie gesagt, ich finde es eigentlich ja eine gute Sache, weil ich mich dann ernst genommen fühle als Zuschauer, der eben nicht alles erklärt braucht. Aber andererseits wirkt es dann eben sehr merkwürdig, wenn dann eben wieder diese totalen Szenen kommen, wo einer sich vor die Kamera steht und mir als Zuschauer direkt sagt, den holen wir uns. Jetzt machen wir dieses. Und also, dann denke ich dann, ja, deswegen glaube ich nicht, dass das so sein sollte, wie das eben war mit dem Unerklärten. Also... Vor allem am Rande passieren da so die ganze Zeit Sachen, die wären total... Also, die würden mich noch viel mehr interessieren. Zum Beispiel, dass man so merkt, dass diese... Da gibt es dieses Wirtshaus, wo eigentlich ganz schön heruntergekommen die Leute so abhängen und alle... Also, eigentlich so lauter Übriggebliebene vom letzten Goldrausch. Und wann immer es mal irgendwie wieder das Versprechen gibt, irgendwo Kohle zu kriegen, wären alle sofort zu blutrünstigen Barbaren. Und in der Zwischenzeit scheint es auch in diesem Wirtshaus den Leuten auch immer schlechter zu gehen. Wenn zum Schluss dort der Typ nochmal kommt und sagt, jetzt ist hier ein 200 Dollar Kopfgeld aufgesetzt aus den Indianern, dann sehen die ja alle so aus, als hätten die jetzt irgendwie schon fast schon gehungert da irgendwie. Also, sie kommen ja auf einmal alle nochmal schlechter vor und alle wollen jetzt... Würden wirklich alles tun für Geld so. Und das ist natürlich sehr zugespitzt und das wird auch politisch durchaus einseitig angeschaut. Aber es ist wirklich wie so die andere Seite der Münze. Also, wenn wir sonst im amerikanischen Western mit einer sehr romantisierten Version des Cowboy-Lebens zu tun haben, kriegen wir da wirklich die Kehrseite. Ich meine, das ist ja bei Django klang das ja auch durchaus... Der Italo-Western ist, glaube ich, ja auch dafür bekannt, dass das eher nicht mehr die strahlenden Helden sind, sondern die Dreckigen, die auch mal im Sand oder im Schmatsch liegen. Aber hier ist es auch... Aber es gab immer noch weiße Helden, weißt du, das... Jetzt beim Italo? Ja, naja, von mir ist es auch Anti-Helden, aber es waren schon... Ich kann mich jetzt gerade nicht an einen Italo-Western erinnern, wo Indianer... Weil, glaube ich, auch Indianer auch gar nicht so groß mal eine Rolle spielen, das ist mir gerade bewusst. Da sind sie ja immer eher gegeneinander unterwegs. Ja, oder sind halt die Gefahr von außen, die über allem schwebt sozusagen, was man macht. Ich überlege gerade, ob der Wirt... Hatte der sein Bein eigentlich schon am Anfang nicht mehr oder hat er das verloren bei dem Angriff? Hast du das auf dem Schiff? Nee, habe ich nicht mehr so... Aber ich überlege, die Jenny, die Rothaarige und der Red Fox, die serviert ja immer und der steht ja neben euch. Ich überlege, ob er schon am Anfang die Glück hat und dann kommt ja dieser Angriff und da wird er ja auch verletzt oder liegt er als Verletzter rum und überlege, ob dadurch infolgedessen halt sein Bein verloren haben soll. Kriege ich gerade nicht ganz zusammen. Das würde zumindest zu diesem Abgehaltsstetten und runtergekommen passen. Und zu diesem runtergekommen passt er dann auch, wenn Red Fox zu der Jenny sagt, Jenny, du bist eine ganz schöne Schlampe geworden. Das kam dezent überraschend, muss ich gestehen. Hatte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, mit diesem Kraftausdruck. Aber das fügte sich ja auch so ein bisschen daran ein. Also auch sie eben die, an der kein wirklich gutes Haar gelassen wird letztlich. So an jeden Typen anbietet, der irgendwie ein bisschen nach Ruhm und Macht und Geld strebt und wo sie sich gerne dann mit ranhängen würde. Ja, bei der habe ich zum Beispiel immer gedacht, na, das ist jetzt so eine Figur, da weiß ich noch gar nicht, wie die sich weiterentwickelt. Ob sie sich entwickelt. Ja, genau, aber sie wird halt gar nicht entwickelt. Ja, das ist halt so. Ich meine, das fand ich am Anfang eine starke Szene. Also zu Beginn kommt eben der Vater von Tokaito in dieses Blockhaus. Ich habe auch das Gefühl, da verändert sich einmal die Lage dieses Hauses, dass das erst sozusagen mitten im Nirgendwo steht und dann ist er aber Teil des Forts. Bestimmt, ja. Und dass die da so rein und raus gehen, das hatte mich ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall ist da eben der Vater von Tokaito und dann kommt Tokaito mit rein. Jenny stellt ihm einen Drink hin, er gibt das Gold und dann schüttet er das Ding weg. Das fand ich eine starke Szene. Er hat eigentlich alles Wichtige erzählt, ohne dass irgendwas gesagt werden muss. Das war schön. Und wir hören in dieser Anfangsszene, also ich glaube nicht, dass du mir jetzt widersprichst, das war Manfred Krug Stimme, ne? Ja, ich habe es auch sofort gedacht. Der Film ist eben auch wieder komplett nachvertont worden. Selbst die deutschen Schauspieler haben nicht ihre Originalstimmen teilweise. Der, oh Gott, Hans Hart, Hartloff oder so, der auch, den wir jetzt als Vater bei Denk bloß nicht, ich heule hatten, ist wiederzusehen als Major. Und der klingt deutlich anders als noch bei das Denk bloß nicht, ich heule. Ja. Kurze Pause. Nee, also, ja, ich war auch, muss ich gestehen, ein bisschen irgendwie nicht mal ernüchtert, enttäuscht, so eine Mischung, weil ich, wie gesagt, zwei oder drei hatte ich mal gesehen. Und die werden wir auch irgendwann mal noch gucken, glaube ich, bis wir nicht drum herum kommen. Und die habe ich, weiß nicht, ob unbedingt besser, aber doch gefälliger in Erinnerung. Da hat zwar auch so manchmal bei der Inszenierung, weiß ich, das ist auch schon ein paar Jahre her mittlerweile, dass sie gesehen hat, aber da hat auch so die Inszenierung, manchmal so ein bisschen so diese gefühlten Ruhemomente, aber da war ich trotzdem durchaus angetan. Und hatte hier mir eben durchaus Ähnliches erhofft. Wurde nicht so wirklich eingelöst. Ja, und überlege gerade so, ob das eben in Anführungszeichen daran liegt, ja, das ist jetzt halt das erste Mal, dass die so ein Ding gedreht haben, oder kommen halt später bessere Leute oder erfahrenere Leute. Also ich habe trotz allem, ich weiß noch, wie es dir nach dem ersten Edgar Wallace Ding ging, wo du sagtest, naja, wenn du mal wieder irgendeinen hast, kannst du ja mal ankommen. Aber hier hätte ich durchaus Lust, auch mal so die, das ist ja hier sozusagen so eine Reihe, ich glaube zwölf Filme, oh Gott, oh Gott, auch da mal noch weiterzugucken. Nicht vielleicht jetzt gleich als nächsten oder so, aber perspektivisch da auch noch mal weiterzuschauen, weil ich bin der Meinung, wie hier eben einmal im Film erwähnt wird, Gold haben sie gefunden in den Black Hills und es gibt dann eben den Film Goldkleber in den Black Hills oder ist zumindest der Untertitel von einem der Filme. Und da ist dann auch Rolf Hoppe dabei und jetzt sind wir schon wieder fast bei einem anderen Film gelandet. Und da sind aber auch, also da ist auch nur mit dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung oder mit der umgekehrten Sache, aber das hatte in meiner Erinnerung seine Momente. Und hier, ja, tue ich mich durchaus schwer. Also wie gesagt, Golko Middjic kann ich nachvollziehen mit dem Star Appeal, ganz klar, so wie der da das erste Mal ins Licht tritt und mit seiner sonnengebräunten Haut und dem durchtrainierten muskulösen Körper, dass da die Darmwelt dahin schmachtet und die Männer in der Welt sich sagt, oh, ich könnte vielleicht auch mal wieder was bei Körper tun. Ja, nein, ich finde es erstaunlich überzeugend, dass das, das ist jetzt einfach die, also die, eigentlich ist es auch viel naheliegender, wenn man sich so Western-Geschichten anguckt, Sympathien für die Indianer zu bekommen. Es gibt ja auch so eine Szene, wo die so, wo ein Indianer sagt, der sich auch schon mit den Weißen eingelassen hat, man kann halt nichts mehr machen gegen die Weiße Flut. Also ich verstehe total, das einem DDR-Publikum als Identifikationsangebot zu machen, kann ich total gut nachvollziehen. Und es gibt auch immer wieder Momente, in denen das auch wirklich sehr deutlich transportiert wird, wenn der eine, das ist nicht der Major, sondern sein... Der Lieutenant. Der Lieutenant, genau. Der Böse. Der dann so ganz wütend reagiert. Genau, der Major hat gerade gesagt, das ist aber nicht in den Interessen, das Land... Nee, nee, es geht um... Es geht um die Moral, die Erde. Die Erde der Nation. Genau. Und darauf sagt der Lieutenant, es geht hier um die Interessen der Nation. Ganz genau, also er ganz deutlich transportiert, wir wollen... Also es geht, genau, und in der Szene geht es gerade darum, dass Tokai-To zur Verhandlung kommt und eigentlich, und der Lieutenant dann sagt, ja, du bist jetzt unser Gefangener. Punkt, du kannst nicht einfach gehen, obwohl eigentlich ja das Diplomatische sagt, er ist hier als Verhandlungstyp und kann wieder frei gehen. Genau, der Josef Mach ist der Regisseur. Staatspreisträger. Einer von vielen wahrscheinlich. Ja, wir wissen natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall ein tschechischer Regisseur, der auch vor allem tschechische Filme gemacht hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, also genau zwei Filme in der DDR gemacht hat und das war's. Das klingt jetzt einfach nur ganz interessant. Du scrollst noch, hast du einen Titel jetzt noch parat, den zweiten? Der zweite ist im gleichen Jahr Schwarzer Panther. Okay. Das... Ja, kann ich dir auch... Also, was ich jetzt vor allem dabei nachgucken wollte, er hat keinen weiteren... Indianer. Indianer-Film gemacht, genau. Ja. Insofern bin ich schon wieder optimistisch. Also, ich hab schon das Gefühl, da gab's also quasi diese interessante Idee und ich spüre große Ambitionen in der Inszenierung, was ich ja mal der Regie letztlich zuspreche, so einen Western-Epos zu erzählen. Also, wenn so Abschied, Abfahrt, Ankunft, das sind so die Momente, die werden auch mit großer Geste inszeniert. und da wird eben wirklich vor allem auch... Also, die Indianer-Perspektive wird da besonders beschworen, wird besonders ernst genommen. Also, darin sozusagen hab ich das Gefühl, da fließt sehr viel Energie rein und dann gibt's aber... Also, als müsste... Es wäre das noch so ein notwendiges Übel, dass dazwischen ja auch noch Szenen sein müssen, die das aufladen, die Landschaftspanoramen. Sonst funktioniert's ja irgendwie nicht, ne? Also, das sag ich auf jeden Fall eigentlich schon. Das war, finde ich, eine positive Sache. Die Landschaften, das waren sehr schöne Aufnahmen, die totalen. Und ich nehme an, was hatten wir hier, Co-Produktion mit Sarajevo, ne? Oder im Studio. Also, ich konnte davon ausgehen, Balkan gedreht und sieht trotzdem toll aus. Also, schöne Dinge dabei. Ich fand das schon immer interessant, auch passiert bei den Leone-Western ja auch öfter mal, dass man so Locations hat, die eigentlich nicht wirklich... Oder eigentlich ist nur den Winnetou-Film ist mir das auch sehr bewusst aufgefallen. Wir haben es eigentlich mit einer Location zu tun, die offensichtlich nicht. Also, es ist jedenfalls nicht der Western und der Wilde-Western, die wir aus einem John-Ford-Film kennen. Aber das ist halt interessant, weil es sind fantastische Locations, einen Ticken bunter meistens. Oder zwischen dem Stein wächst immer ein bisschen mehr Gras, ist so mein Gefühl. Und das gibt der Sache so ein... Naja, es ist wirklich einfach so ein alternativer Blickwinkel in jeder Hinsicht. Also, ja, es gibt dort Panoramen und es gibt tolle Berge und Täler und Flüsse. Aber man muss schon natürlich auch ein bisschen schmunzeln, wenn man was auch immer wir da sehen, statt die Missouri. Ja, also ob es die Donau... Ich überlege, was da fließt. Also, könnte vielleicht die Donau passen? Die sieht dann schon noch... Also, das ist jetzt ein bisschen klein. Und der finale Ankunftsort, das Gestein im Hintergrund, das ist einfach... Wer das einmal gesehen hat, der weiß, das muss Elbsandsteingebirge sein. Also, egal was es sein soll, das geht nicht anders. Das ist zu charakteristisch, diese Fels... diese Ansichten. Und das ist aber irgendwie so schön. Also, quasi, man nimmt so diese populäre Western-Form, transportiert sie quasi nach Hause oder so in die Nachbarschaft und nimmt dann aber auch gleich noch eine völlig andere oder konträre Erzählposition ein und guckt sich quasi... Also, er erzählt die Heldengeschichte der Unterdrückten, die sie aufbegehren. Und dann finde ich es eigentlich ein bisschen schade. Hätte der Film ja eine Menge dramatisches Potenzial, weil es ist ja letzten Endes eine sehr tragische Geschichte, die man da dann erzählt. Da kneift der Film aber so ein bisschen. Also, ich würde mal als konkretes Beispiel nehmen von Figuren, wo ich mir denke, da wäre vielleicht noch mehr gewesen, auch wenn es vielleicht nur ein Nebencharakter ist, aber so zwei, drei Szenen mehr und dann hätte der da auch einen Bogen, wäre da ein Bogen gewesen und dann hätte ich noch mehr mit dem mitgefühlt. Ich finde zum Beispiel diese eine im Lager von Tokaito, der so ein bisschen verlacht wird von den Mädchen, der den Mädchen hinterherläuft und dann die sagen dann, ja, aber wenn der Speer geworfen wird und die Pfeile fliegen, da ist er nie zu sehen, aber den Mädchen hinterherlaufen. Und ich bin der Meinung, das ist der, der nachher in Uniform dasteht und sozusagen auf Seiten der Armee sozusagen mitkämpft und denen auch noch sagt, hier, wir müssen das Feuer ausmachen und so, dass das der ist, der dezent jetzt übertrieben gesagte Tollpatsch, der eben nicht kriegsweh ist. Also, dass der, warum das der eben überläuft und dass der sich ja quasi gegen sein eigenes Volk damit stellt auch im Endeffekt und so, aber das hätte mich durchaus interessiert. Also, da finde ich, was du eben sagst, also ich sehe hier auch einiges an Potenzial, was leider nicht im fertigen Produkt so auf mich rüberkommt in allem, was da vielleicht in Ansätzen und Anlage da war. Ja, das stimmt. Ich könnte es auch noch gar nicht genau sagen, warum es eigentlich nicht aufgeht, weil ja gerade an dem Beispiel von dem Typen, der quasi bisher offenbar noch nicht seinen Platz gefunden hat, offenbar eben auch nicht zu den Kämpfen mitreitet und dort findet er denn so seine Bestimmung. Ja, oder ob er sie da findet oder ob er das hier macht, weil er auch Angst hat und denkt, naja, so kriege ich, habe ich vielleicht ein bisschen besseres Leben oder so in seiner Vorstellung. Das wäre sowas, vielleicht wäre da was, aber dafür ist es eben vielleicht auch nicht der Film, so was eben die Charaktersachen angeht. Aber ich meine, trotzdem ist ja die Geschichte da, also ich finde sie auch nicht befriedigend, aber sie ist da und genauso ist ja auch da, wie Tokahitio ja auch einfach sagt, naja, also wir wollen schon quasi die Arbeit des weißen Mannes jetzt machen. Ja, das ist ja ich auch, wir sind jetzt nicht, wir werden sesshaft. Ja. Wir bleiben dann da. Genau, machen was mit Zahmen, Büffeln und so, also es ist interessant, wie der, also der denkt da wirklich auch so ein paar Schritte weiter. Könnte Genossenschaft. Ja, ja, ist ja eigentlich so, ne? Ich glaube, daher kommt es wahrscheinlich. Ich weiß ja nichts über die, die, die Romanen-Autorin. Ich auch nicht. Ist ja aber vielleicht auch ein interessanter Punkt, dass es eine Autorin ist. Ja. Also, so. Ähm. Auch ich kenne auch den Stellenwert nicht dieser Bücher, ob das quasi Unterhaltungsliteratur beim Zeitschriftenhändler war, oder, oder, ne? Hochliteratur? Wahrscheinlich. Vermutlich nicht, ja. Ja, und der andere Große ist natürlich der, äh, Tobias. Ich ja. Gespielt von Rolf Römer, ein, als Indianer, als, ich weiß nicht, ob er sozusagen auch der, der letzte Murikaner ist, also der letzte seines Stammes. Ich glaube, so ungefähr habe ich es verstanden, dass eben sein Stamm ziemlich ausgelöscht worden ist und er jetzt, wieder will, er ist zum Beispiel derjenige, der widerwillig eigentlich, für die so ein bisschen arbeitet und, äh, auch nicht völlig loyal gegenüber denen ist. Und er ist vielleicht auch eine gute Kontrastfigur zu dem Kollegen davor, wo ich den Namen nicht mehr weiß, Topo Pacto oder wie der hieß, das ist mir, äh, Ja, sie geraten halt auch nicht aneinander, ne? Das ist halt interessant. Also das einzige Mal, dass die, diese interessanten Figuren, die so ähnliche Lebenslinien haben, äh, die begegnen sich halt nicht, außer im letzten Moment. Und dann schießt er denen auch, glaube ich, ne? Ist das nicht sogar so? Also, äh, Ich weiß es gar nicht mehr, oder ob der nicht einfach dann sozusagen aus dem Bild geht und nicht mehr in der Handlung vorkommt. Also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, der Lieutenant, der sich halt unter dem Zelt da umherwindet, Dings reitet weg oder die Gruppe von den Indianern reitet weg, nachdem sie anderen da so an die Bäume gehängt haben, nicht getötet, sondern einfach nur da festgebaumelt haben. Und er, ich weiß nicht mehr, ob er noch da steht oder wie ist es? Er guckt halt auf das Zelt. Ach so, wer ist denn der, dieser Hilfs-Sheriff, der da kommt, nachdem die die Pfeife geraucht haben und beschlossen haben, das Reservat zu verlassen? Das ist noch so das Nachts. Dieser andere, mit dem, der die Pistole und sagt Stopp? Ja, ja, gut. Das ist aber noch ein anderer. Das ist nochmal ein anderer, ja. Aber, genau. Ich glaube, das sind so diese kleinen Verwirrungen und Irrungen so. Da wäre, glaube ich, was möglich, also da hätte man das eigentlich, also wenn der Film wirklich mal 90 Minuten hätte gehen sollen, hätte man das an der Stelle, glaube ich, auch ganz gut zusammenführen können. Also es hätte eigentlich nur eine, so eine Figur gebraucht und dann noch die andere, die... Genau, dass das vielleicht im Buch noch, dass die vielleicht da ein bisschen mehr Charakter haben. Ja. Und dass man dann eben, das wäre eben so eine typische Sache vielleicht gewesen zum Drehbuch. Und dass man sagt, aus diesen vier Figuren mache ich jetzt eine oder zwei maximal. Weil ich die dann auserzählen kann und nicht nur das Problem habe, dass es eine Andeutung ist. Jeder mal kurz vor der Kamera steht und will gar nicht wissen, was da nun los ist. Ja, genau. Das empfinde ich halt wirklich eigentlich als eine misslungene Dramaturgie und eine Drehbuchgestaltung für diesen Film. Das war, weil offenbar vordergründiger war, hat man wirklich verfolgt, so andere scheinbar wichtige Western-Elemente eben drin zu haben. Das sind eben eher so formale Aspekte. Die sind ja auch quasi alle da. Also man kann den quasi so als Western auch, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut gucken. Nur ich habe bei Western tatsächlich am wenigstens, also es gibt auch etwas, was mich so grundsätzlich an diesem Genre fasziniert. Und wenn es ein bisschen staubig ist, so mit Pferden und mit Gnaden so, dann kann ich da irgendwie was mit anfangen. Aber letztlich brauche ich schon auch eine überzeugende Geschichte. Und die, also... Die Grundzüge der Geschichte sind ja eigentlich auch überzeugend, aber naja, die Charaktere so... Ja, was, ich meine, es gibt wirklich, also mein Totalausfall für mich ist die Figur dieser... Die Tochter von Major? Ja, genau. Die Blondine. Also es liegt auch daran, dass die Schauspielerin aus meiner Sicht maßlos überfordert ist. Die werden ja überfallen. Und nach dem Überfall ist sie eine der wenigen, die da heil rausgekommen sind. Und sie hat aber eher so einen Blick wie, oh, ich bin wohl vom Weg abgekommen. Und lässt sich dann auch bereitwillig vom Tokahito, vom Wagen runterklauen. Irgendwie seltsam. Also ich weiß auch gar nicht so genau, was das soll, weil eigentlich ist sie dann ja höchstens das Element der Geschichte, damit die sich auf diesen gefährlichen Weg machen. Und so, aber... Ist halt für die Handlung eigentlich völlig unerheblich. Sie ist nachher die, die mit dem guten Grenzer dann sagt, er kauft sich Land hier. Mit dem geht sie dann ja. Ach, das stimmt. Ach gut, dass du das nochmal sagst. Das ist ja noch so ein Faden. Ja, stimmt. Der ist eigentlich relativ gut greifer, obwohl ich halt finde, dass dieser männliche Schauspieler ein bisschen deplazit wirkt. Aber stimmt, richtig. Einer, der ja von Anfang an da nicht so besonders überzeugt ist. Und eigentlich finde ich das ja mal ganz bitter, wenn so Leute in so einem Konfliktmoment sagen, also du, ich bin eigentlich auf deiner Seite, das sagt er zum Indianer. Ja, und ich habe mir schon entschieden, ich werde halt nach Kanada raus und Farmer. Also quasi ja letzten Endes auch, na, ich ziehe mich da immer raus aus der Scheiße. Ja, aber er sagt ja auch, ich kann nicht bei euch bleiben, die Agentur hat mich rausgezogen. Oder die Agentur ist für euch zuständig. Das fand ich auch immer so. Die Agentur, was ist denn eigentlich für eine Agentur? Ja, aber er sagt eben, also er begründet das schon, es gibt einen filmischen Grund, warum er da nicht bleiben kann, darf, soll. Ja, ja. Du, es gibt für mich, das sind auch Gründe, die auch Menschen, also nicht nur, nicht nur einen Film anführt, damit es irgendwie funktioniert, sondern ich glaube auch Menschen können sich dann da schnell verstecken und zu sagen, ich kann da jetzt nichts machen und das ist halt so Gesetz und obwohl er eigentlich die Ungerechtigkeit total stört. Er stört diese Mischung aus. Die relativ positive Figur in diesem Camp, aber der sich eben auch nicht offen traut, sich da hinzustellen, so wie es Tokahito meistens tut, weil er eben wahrscheinlich auch fürchtet, naja, dann kriege ich hier einen vor die Mütze oder eben eine Kugel zwischen die Augen, so ungefähr. Das ist jetzt zu sehr. Und eine Szene, die halt eigentlich auch einen viel bittereren Unterton verdient hätte, ist denn, dass er zusammen mit der Frau zugucken darf, wie Tokahito sich quasi losschlagen kann. Also nachdem er ja quasi offiziell freigelassen wird, hätte er ja eigentlich noch einen Handlanger hinter sich und den kann er halt ganz gut und geschickt abhängen und dass die dabei so zugucken dürfen, also noch mit so einem befriedigenden Gefühl, ah, der kann jetzt in seiner Freiheit und das läuft schon, dann können wir uns ja jetzt aus dem Staub machen und verschwinden damit aus der Handlung. Ich meine, er hätte ja auch helfen können. Er hätte ja auch sehr viel mehr möglich machen können, aber er wollte halt kein persönliches Risiko eingehen. Das finde ich eigentlich immer so, also in so einer Welt, wo wir es ja quasi mit Idealen zu tun haben, so ne, wo Figuren quasi was, also besonders intensiv für ihre Sache so eintreten, ist das ein ganz schöner Schlawiner, so der sich irgendwie wie der Meier, der Rückzug ins Private. Ja, ja, ja. Ich sehe das, ich sehe die Probleme, aber ich möchte auch nicht zu sehr, er hat vielleicht sogar die, in Anführungszeichen, jetzt richtige oder bessere Meinung oder die positive Meinung, aber zu sehr möchte ich da jetzt auch nicht reingezogen werden. Also da ist mir mein eigenes Ding oder, ja, wie weit gehe ich eben, was setze ich da für alles aufs Spiel, für meine Ideale oder für meine Werte? Und ganz ehrlich, das ist also mit solchen Elementen versehener Western, da geht auch heute noch was so, da könnte man tatsächlich ordentlich was erzählen. Aber das passiert hier leider nicht so. Nö, genau. Es ist eigentlich ein schöner, so ein Steinbruch der interessanten Ideen und alternativen Blickwinkel auf so ein abgenudeltes Genre und das gelingt ihm halt jetzt dem Film nicht, nicht wirklich immer wieder überzeugend das aufzugreifen, aber, also wenn man damit mit wachen Augen durchgeht, kann man eine Menge entdecken. Ah, das ist ja, ich weiß nicht, schon, ja, ich bin sehr gespannt, ob die anderen da ein bisschen, ein bisschen fluffiger funktionieren. Hatte ich auch gar nicht mit gerechnet, weil, da hatte ich dazu auch, das, das flutscht bestimmt, ich habe ihn mir weniger ernsthaft vorgestellt und, äh, äh, ja. Ja, also dafür, dass die, ja, also, ich meine, ich fand den ja auch lange kurzweilig, also gerade, ich glaube, nur nach 20, 25 Minuten habe ich das erste Mal so geguckt, wie, wie lange, haben wir jetzt eigentlich schon und dann habe ich auch gemerkt, ja, okay, es war auch ziemlich viel Action so bisher, gerade dieser relativ große Überfall da in der Einführungsszene, das war auch alles ganz okay und dann dachte ich, na gut, jetzt kommt halt die, in Anführungszeichen, ruhige Phase, um ja die Story voranzubringen, die Charaktere, aber so, so, so wirklich kam halt die Charaktere nicht voran, es kamen halt immer mal wieder neue Gesichter ins Bild, die aber, ja, irgendwann vielleicht nochmal durchs Bild laufen durften und das war es dann, leider, so, da, deswegen ging dann auch so ein bisschen das so runter, die Begeisterung, mhm, es ist auch wirklich schade, dass da nicht sowas, also da werden ja so Sachen manchmal angerissen, äh, aber das ist, also da gibt es ja diese ganze Legendengeschichte, die titelgebende, äh, Bärin, ne, genau, ach so, ja genau, Revenant, äh, da kannst du mal abgucken, Revenant hier, wie man Bären inszeniert, einen echten Bären, mit Kind, man müsste genau, das gibt also auch in diesem Film einen, äh, äh, Überfall, äh, Bär versus Mensch, den jetzt mal parallel, müsst du einfach mal parallel diese beiden Szenen laufen lassen, da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan in den letzten Szenen, äh, äh, ist auch stark, wie die dann den kleinen Bären auch wirklich, äh, packen müssen, natürlich im, im Nacken, damit er da halbwegs ruhig bleibt, wahrscheinlich, keine Gefahr darstellt hat, also fand ich auch, äh, in der Hinsicht beeindruckt, das dann so zu drehen, wer weiß, das kann auch ganz schnell, oder ist vielleicht bestimmt auch mal schiefgegangen, irgendwie da. Ja, das kann ich nicht erkennen, wie, wie gefährlich so ein kleiner Bär schon werden kann. Also fand ich auch eigentlich recht atmosphärisch, so diese Höhle, aber ich fand, ich, ich weiß nicht, ob ich da ganz kurz mal, äh, die Augen, die da dazu gehabt hab, aber dann waren wir plötzlich in der Höhle und dachte, im Moment wurde das jetzt eigentlich groß beschrieben, dass wir in diese Höhle gehen und warum ist dieser, der Böse in Anführungszeichen in der Höhle, dass jetzt Tokaytor dahin geht, war klar, ja, aber, also es war auch wieder so ein, so ein Moment des, zack, wir sind da. Wir machen jetzt hier nicht noch lange irgendwie so ein Moment, wo man da mitkommen könnte, sondern du bist jetzt schon hier, oh, okay. Aber sonst so die Höhle, fand ich, war auch nicht ausgeleuchtet und alles. Natürlich ganz stark, äh, das Gold war anscheinend da versteckt, das war ja nicht jetzt so, dass man da Goldgräber machen kann, sondern du musst nur einmal hier in diese, in diese Ablage greifen, da hab ich das ganze Gold hingelegt, was wir mal gesammelt haben. Ne, ich mein, so inhaltlich fand ich an diesem Höhlen-Ding ganz interessant, also das, was im Vorfeld passiert ist, dass nämlich der, äh, der Häuptling, nehme ich an, ne, kann man so sagen, äh, dass der dann gemeint hat, also, nee, wir können jetzt nicht einfach schon das Reservat verlassen, das können wir nicht einfach so machen, dann müssen wir eigentlich erst das Okay von unserer Göttin, der großen Bären haben und da gibt's dann eben dieses Ritual, dass dann eben einer muss dann dort hin und wenn er es überlebt, äh, ist das offenbar ein Zeichen für Wohlwollen. So ähnlich hab ich das, glaube ich, verstanden und, ähm, der sagt dann ja, äh, der Tokai Hito sagt dann auch, ähm, zu den, äh, so zwei, zwei jüngeren Leuten, äh, also, die informiert er, dass er dort jetzt hingeht, er will gar nicht, dass die da mitkommen, glaube ich, aber er sagt ihnen einfach nur, wir müssen trotzdem das Reservat verlassen, also, auch wenn ich jetzt nicht überlebe. Und die beiden denken dann, na okay, dann lass uns mal da hin und vielleicht können wir ihm ja irgendwie helfen oder ihm zuvorkommen. aber ich finde halt interessant, das, weißt du, dass das, ähm, da wird ja eigentlich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob dieser Häuptling da wirklich so sehr dran glaubt, so, an dieses Ritual, sondern dass es eher so eine Taktik ist, das noch irgendwie zu verhindern, also er davon ausgeht, wenn er den jetzt in die Höhle der Bären schickt, wird er das wahrscheinlich nicht überleben und dann ist das Thema auch vom Tisch. Okay. Und genauso wirkt jetzt auch der Tokahito auf mich nicht so wie, dass er da jetzt wahnsinnig an irgendwas glaubt, sondern denkt, na okay, dann mach ich das eben und das werde ich ja auch schon noch hinkriegen. Also ich fand, das war irgendwie eine interessante, Das ist der nächste Punkt, der Angriff ist und der Generationenkonflikt, weil ja wirklich, ne, die jungen Häuptlinge, wenn die da ihren Rat halten, die Jungen sagen, ja, wir kämpfen und die Alten, wir sollten verhandeln. Zack, da wird gesagt, wir verhandeln. Obwohl das ja Gleichstand war, drei, drei Junge, drei Alte. Also das ist genauso wie eben der Major seine Tochter oder beziehungsweise der Major, der Altersweise und der Lieutenant, der eben sagt, na ja, jetzt komm mal hier nicht mit Ehre, sondern Dings. Stimmt, das ist da auch alles drin. So. Und die Bärin oder die große Bärin, finde ich, ist fast so das, was mir jetzt so konkret einfällt, ein schönes Symbol eigentlich oder das, was auch funktioniert, so dieses, die große Bärin ist tot, ihre Söhne müssen jetzt ihren eigenen Weg finden, so ungefähr. Und das, wenn dann zwar eben dadurch nochmal ein bisschen ausbuchstabiert, dass er das so sagt, aber das, finde ich, das funktioniert auch. Die große Bärin ist gestorben, auch da die Mutter, die Alte sozusagen, die bisher das Rudel, die Bärenbande, werden sie ja nachher genannt, oder? Die Bärenbande? Ja, ja. Wären sie genannt und jetzt sind das eben die Jungenbären, die jetzt diesen Weg gehen müssen und sehen müssen, wie sie ihren Stamm weiterführen. Stimmt, es geht die ganze Zeit darum, dass das Alte überwunden oder zurückgelassen werden muss. Als Ende kommt. Ja, genau. So wie eben der Häuptling da anscheinend in diesem Lager, also wo eben diese eine Szene nur ist, da reitet einer ran an das Lager und es scheint irgendwie zerstört worden zu sein und der Häuptling hebt nochmal den Arm und ist dann anscheinend tot und da reitet wieder weg der andere. Ja, das ist echt schade, das vervollert mich wirklich. Oder soll das etwas schon zeigen, dass die da auch von diesem anderen Stamm überfallen worden sind? Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Ja, und das sind eben wieder so diese Sachen, wo ich auch sagen würde, Potenzial da und hier geht es sogar teilweise über die Ansätze hinaus, aber so wirklich voll entfalten oder voll punkten kann es trotzdem nicht, leider. Ja, armes Filmchen. Wir würden dir helfen, wir sagen dir sogar, wie du es besser machen kannst. Ja. Das ist dann wirklich, dieses Rätselraten, was ist mit diesen 10 Minuten und diesen anderen Schnitten von der echten Kino-Fassung? Schade, schade. Ja, da war natürlich alles besser. Nein, es steht für mich außer Frage, dass hier waren einfach Unzulänglichkeiten von Anfang an da. Ja, offenbar eine durchaus, also sicherlich keine allzu tiefsinnige, aber doch wohl überlegte Romanvorlage mit diesen Bildern, also vor allem immer wieder mit Vater-Sohn-Konstellation oder Eltern-Kinder-Konstellation. Das sind ja auch wieder diese angerissene Figur hier, wenn Toko Aito die ganze Zeit sagt, ich gehe zu, oh Gott, Namen vergessen, Latscher-Patschel und mit dem kämpfe ich dann und wir beide kämpfen und dann kommt er da anscheinend hin und der stirbt gerade und die Eltern sagen noch zu ihm, ja, wir wurden verraten und belogen und Dings, wo ich denke, die ganze Zeit oder immer wieder wird aufgeworfen, ich gehe zu ihm, ich gehe zu ihm und mit ihm kämpfe ich und mit ihm kämpfe ich und dann ist das irgendwie so ernüchternd, also einerseits, okay, ja, für die Normale kann ich es nachvollziehen, aber es wirkt irgendwie so, jetzt müssen wir ihn irgendwie auch nochmal einmal zeigen. Also so wie das aufgebaut oder angekündigt wird, habe ich halt, baue ich eine Erwartungshaltung auf und die, selbst dass er dann stirbt, ist ja noch okay, aber dass das dann so ist, er kommt an und da ist er gerade schon tot, also wir fangen eigentlich mehr weiter über ihn und dann ist er aber auch schon direkt wieder weg, dann ist schon ein Schnitt und wir sind schon in der nächsten Szene und der kommt auch gar nicht mehr vor, so. Ich denke, das ist auch nicht ordentlich. Ja, wirklich, als hätte man brav so die ganzen Kapitel irgendwie abgearbeitet, die in der Vorlage da sind, aber irgendwie versäumt, das Ganze auch wirklich zum Schwingen und zum Leben zu bringen. So bleibt es dann eher so ein hohler Körper, wo wenn man jetzt, wenn man sich den lang genug anguckt, merkt man alle Sachen, naja, okay, so ist das gemeint und so, aber das hat jetzt als Film nicht funktioniert. Da hilft es auch nicht, dass ich manchmal so die Kamerafahrten sogar sehr schön fand. Also gerade, was wir mal gesagt haben, wenn du das Indianerleben in Anführungszeichen beobachtet, wenn die Kamera erst so starr ist und dann fängt sie an loszufahren und häufig oder ab und zu haben wir es auch so, dass sie irgendwie in einem Lager sind oder so und dann unterhalten sich zwei Personen, dann geht die eine weg und die Kamera fährt mit ihr mit und geht dann entweder an einem zweiten Paar vorbei, wo die Kamera wieder stehen bleibt und weitergeht, ohne es da einen Schnitt erfolgt. Das fand ich teilweise so. Und es ist komplett authentisch, also sicherlich sind einige Innenaufnahmen im Studio gebrät worden, aber ansonsten ist das, es ist viel draußen, alles an, also in der Originalshop Letzten sei es. On Location. Ja, genau. Die waren jetzt nicht am Missouri, das steht fest, aber in der Natur. Genau, nee, das macht durchaus Spaß. Dieses eine Lied, was dann auch einmal kommt, ist sehr irritierend. Also mit der Jukebox im Blockhaus, das fand ich nachvollziehend, aber auch, das war auch ganz okay, dass er da natürlich drauf drückt und die Musik stoppt und so, das hat schon den Effekt, auch wenn man sich sagt, naja, jetzt wird das so kommen. Aber dieses zweite Lied, das dann so völlig aus dem Nichts kam, ja, bring mir, großer Fluss, bring mir meinen Liebsten zurück. Das war so, okay, ja, ist jetzt schon Happy End angekündigt, einfach mal so, kleiner Sprung. Also das ist zum Beispiel auch so eine Frage, wenn die, dieses finale Duell ist zwischen Red Fox und Tokaytor und dann hilft ihm der eine eben noch und rettet sich dann in die Missouri und die Grenzer sagen dann, schießen eben ein paar Mal auf den Fluss noch und merken dann, naja, treffen ihn halt nicht mehr und dann sagt er, los, zurück. Und dann sehen wir Tokaytor, wie er seinen Pferd in Empfang und denke so, naja, aber die müssen doch jetzt noch in der Nähe sein. also, das war so, wenn die jetzt versuchen, die nicht trotzdem noch seine 200 Dollar Kopfgeld zu bekommen. Das war so ein Moment, aha, das ist wahrscheinlich wie bei Manante in Ombre, wo Steve McQueen am Ende gegen 4 oder so kämpft und der eine ist hinter dem Busch und ist wahrscheinlich jetzt auch heute noch hinter diesem Busch. Ja. Naja, das ist ihm natürlich bei dieser Geschichte insbesondere, aber sowas ist ja oft immer aufgesetzt, also quasi das dann zum Happy End zu führen, weil die, der Rahmen, der erzählt worden ist, zeigt ja eine ganz andere Richtung, ne, es ist ja, also, die sind auf der Flucht und hoffen, dass sie da dann nicht behelligt werden, so, aber für mich persönlich vom Happy End ist das ganz schön weit entfernt. Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich ein Teil dieser Umkehrung, ne, dass eigentlich sonst immer die Tracks der Cowboys überfallen werden und hier ist jetzt eben die Indianer auf so einem Track, ich meine, wir haben natürlich die Anfangsszene, wo die Indianer den Track überfallen und morden und Brandschützen, aber da ist es dann tatsächlich eben umgekehrt, jetzt sind mal die Indianer unterwegs und auch die werden angegriffen überfallen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz durch, das Steak, ist das Medium? Wenn überhaupt Medium und dann muss man, also wäre eben, es ist nicht völlig meins, ich habe es dann doch lieber well done, muss ich zugeben. Bin schon bei Medium sehr möglich, bin ich alt. Ja, wenn es sich um Filmdrehbücher handelt, bin ich da ganz bei dir. Der Film der verpassten Chancen, so ziemlich, leider, ist eine interessante Erfahrung mal wieder gewesen und ja, also mich würde das schon interessieren, was diese Schnitte da ausgemacht haben. Vielleicht ist das etwas, was wir euch in der nächsten Folge dann wieder nachtragen können, wenn wir das zwischenzeitlich noch rausgefunden haben. Vielleicht ist das ja auch on location auf irgendwelchen Gedenkstätten für ein KZ gewesen. Nein. Okay, ja, das war die Söhne der großen Bären. Ja, Christian, sag mal, wie geht das denn nun eigentlich weiter? Kommen als nächstes schon Berlinale Sonderfolgen, bis unsere nächste reguläre Folge aufkommt oder? Also ein kleines bisschen ist das aufregend noch. Ich werde mich bemühen, mindestens eine Folge tatsächlich, also die nächste Folge dürfte eine Berlinale Folge sein. Ob das denn eine Folge ist über einen Film, wie ihr das gewohnt seid, also damit letztlich auch eine reguläre nächste Ausgabe ist. Wir zählen immer dann durch, also wenn das jetzt Folge 86 ist, dann, weil es ist eben eine Folge mit einem Film als Hauptthema und vielleicht ist das bei den nächsten dann 87, vielleicht ist es aber auch einfach eine Berlinale Special-Folge, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben, wo ich mir ein paar Leute schnappe, mit denen ich, genau, wo ich dann einfach, da war es nämlich so, da saß ich mit zwei anderen Leuten, die einige Filme auch gesehen hatten, die ich gesehen hatte, einige nicht und wir haben dann einfach so ein bisschen zusammengetragen, so. Das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch ein bisschen gespannt, weil zur Zeit weiß ich noch gar nicht, ob ich da eigentlich immer auch alleine sitze in den Vorstellungen, ich werde bestimmt auch keinen Podcast aufnehmen, in dem ich euch alleine was erzähle, mal schauen. Ich habe da aber auch schon so die eine oder andere Idee und ihr werdet dann nächste Woche merken, wie sich das denn umsetzt. Das wird dann auf der Berlinale-Facebook-Seite mit der jetzt stehendes Widerführung gemacht. Ja, also ich finde, also wirklich, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt, ist das jetzt auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, uns bei Facebook und bei Twitter zu folgen, weil dort werde ich auf jeden Fall öfter mal auch zwischendurch ein Update geben. Ich bin ziemlich sicher, dass ich auch mal das eine oder andere Interessante dort erleben werde, wenn dort bei verschiedenen Panels, Größen, dass das deutschen Kinos zusammenkommen, also wann immer ich was Interessantes auf der Berlinale erlebe, werde ich das versuchen auch bei Twitter und Facebook mitzuteilen und ich habe auch mein Audio-Gerät mit, ich bin jetzt nicht so der große Journalist und Reporter, aber wenn sich da mal eine schöne Gelegenheit bietet, werde ich das auch versuchen. Allerdings gibt es sehr, sehr strikte Vorgaben darüber, was man mal eben in einem Kinosaal während der Berlinale aufzeichnen darf. Wir gucken mal, ob wir da und dem Hörerglück ein bisschen auf die Sprünge helfen können. Apropos Hörerglück, ein Glück für uns, dass wir Hörer haben wie Walter Weid. Der Mann mit diesen tollen Spitznamen hat nämlich als allererster auf unserer Patreon-Seite seine Unterstützung gestartet. Und wer noch nicht weiß, was Patreon ist, das ist eine Möglichkeit, uns einen, bei uns ist das so eingestellt, monatlich einen Spendenbeitrag zu übergeben. Das Patreon funktioniert so, dass man da quasi, man bezahlt da so sein Geld ein und kann das dann quasi auf andere Leute so verteilen, wie man lustig ist. Wir freuen uns, wenn ihr auf sowas Bock habt, sozusagen auf ein Wiederaufführungsspenden-Abo bei Patreon. Wir haben da derzeit keinerlei spezielle Bonus-Ausgaben oder Extra-Preise für euch im Angebot. Vielleicht fällt uns dazu irgendwann nochmal was Schönes ein. Uns ist erstmal wichtig, die Leute, die sagen, wir hören euch regelmäßig und haben Lust, euch auch zu unterstützen, tut das auch gerne bei patreon.com slash Wiederaufführung. Genau, Patreon geschrieben. Und du sagst es sonst immer, jetzt mach ich sag mal, Wiederaufführung ist kostenlos, bleibt kostenlos, wird kostenlos sein für euch. Es geht höchstens eben da, oder unser Gedanke ist eigentlich, der erste Schritt ist, die quasi monatlichen Kosten zu decken damit, eigentlich im Sinne von Webspace und Reisekosten. Naja, also das sind so die Punkte, über die man ja gerne in Zukunft nachdenken kann, wenn sich da ein paar Leute einfinden und da etwas Geld zusammenkommt, wären unsere ersten Gedanken immer, wie können wir damit eigentlich diese Sendung noch interessanter gestalten oder noch mehr Festival-Sonderausgaben möglich machen. Mal schauen. Zurzeit ist das alles, was ihr hört und zurzeit auch glücklicherweise immer, wie ihr jede Woche hören könnt, ist halt das, worauf wir selber Lust haben und wie wir es halt... Oder was ihr uns vorschlagt manchmal auch. Ja, ja, weil ihr uns Lust gemacht habt. Letztlich funktioniert das. Ihr habt uns auch schon Sachen vorgeschlagen, über die wir nicht gesprochen haben. Aber also die Idee ist halt, das funktioniert super in unserer Freizeit und es gibt auch ein paar andere Dinge, auf die wir auch Lust hätten, aber die funktionieren schlecht, das auch noch in der Freizeit irgendwie zu machen. Wenn sich denn irgendwie da so Stück für Stück eine Möglichkeit für uns herausbildet, also ein kleines extra Eurochen zu haben, um sich das auch leisten zu können, mal gucken. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich auch total wohl, wie wir es jetzt gerade machen. Das ist jetzt gar nicht unser erklärtes Ziel, dass das jetzt hier ganz riesengroß wird. Wenn es mal etwas gibt, worauf ich wirklich doll nachdenke, das so als einen weiteren Schritt auch zu tun, dann ist das eher die Idee, dass wir wirklich hier auch eigenständig Wiederaufführungsgelegenheiten machen, also ein Filmprogramm gestalten und euch und andere dazu einladen, Filme zu schauen und drüber zu reden, weil das können wir gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, so klingt das immer wieder in den Kommentaren an, und ihr könnt das auch ziemlich gut und da hätte ich auf jeden Fall Lust, euch mal kennenzulernen. Und werdet hoffentlich gerne auch schon mal auf der Berlinale. So. Ja, und sonst ist eigentlich gesagt, facebook.com slash Wiederaufführung kann man uns finden auf wiederaufführung.de natürlich. Vor allem da ist auch ein Folgenarchiv, da könnt ihr so alle Folgen mal durchklickern, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen braucht oder unbekannte Filmtitel mal basisnalber anklicken wollt. Twitter.com slash Wiederaufführung auch aktiv und das ist es soweit eigentlich, ne? Das ist das Wichtigste. Ja, dann schön, dass ihr zugehört habt. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Und dann das Wichtigste. Und dann das Wichtigste. Untertitelung des ZDF, 2020